Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu unserer Karriere hier in F1 2017. Wir sind heute beim sechsten Rennen der Saison und zwar beim großen Preis von Monaco in Monte Carlo. Falls ihr die ersten fünf Folgen dieser Karriere verpasst habt, könnt ihr gerne oben rechts im Video auf die Infokarte klicken. Dann gelangt ihr zur Playlist von dieser Saison hier und ich bin sehr gespannt, was wir hier in Monaco reisen können. Für mich ist das immer so das Saison-Highlight, ist auch meine Lieblingsstrecke zum Fahren, weil man einfach voll am Limit sein muss. Man ist meistens nur Zentimeter von den Mauern entfernt und das ist einfach richtig, richtig cool. Und vor allem, wenn man in einem schlechteren Team ist, ist das normalerweise eine gute Chance, um ein etwas besseres Ergebnis zu erzielen als auf einer normalen Strecke in Anführungszeichen. Also bin ich sehr, sehr gespannt, was hier für uns drin ist. Das Ziel wird es sein, Punkte zu holen, auch wenn das nicht einfach wird, weil das Auto echt schlecht ist, vor allem in den Kurven auch. Aber ja, ich denke, es ist möglich. Gucken wir noch einmal hier auf unseren F&E Baum. Da wollten wir uns ja etwas für die Aerodynamik oder für das Chassis holen. Genau, da brauchen wir aber noch ein paar Ressourcenpunkte. Da fehlen uns noch etwas mehr als 500. Wir brauchen nämlich 1000, um uns eins davon holen zu können oder eins von diesen dreien. Und ja, das werden wir aber hoffentlich nach diesem Rennwochenende machen können. Das ist zumindest das Ziel. Gehen wir direkt zum Training hier in Monaco. Ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird. Oh, wir sind hier gerade vor dem Training in der Garage. Und im Qualifying sollen wir starken Regen haben. Das wird sehr interessant. Es soll auch anfangen zu regnen und dann wieder trockener werden. Also, ja, das könnte das Ganze spannender machen. Im Rennen soll aber die Sonne draußen sein. Okay, das ist vielleicht auch besser hier in Monaco. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich diese Strecke jetzt mit den neuen, breiteren Autos fahren lässt. Da wird man ja jetzt noch weniger Spielraum haben, noch weniger Platz als vorher ohnehin schon. Also, das könnte sehr, sehr spannend werden. Oh, Sainz. Sainz! Oh, Alter, was war das denn? Oh, und jetzt... Hä? Was machst du? Junge. Was ist mit dem los? So, die ersten beiden Trainingsprogramme sind jetzt vorbei. Und die haben wir auch ohne Probleme geschafft. Und wir werden jetzt mal etwas anderes machen als sonst immer. Und zwar wurde mir öfter in den Kommentaren vorgeschlagen, dass ich die Trainingsprogramme auf alle drei Trainingssessions verteilen soll. Normalerweise habe ich das nämlich immer alles im ersten Training gemacht. Aber, wenn man das so ein bisschen verteilt, bekommt man mehr Ressourcenpunkte. Und das probieren wir dieses Mal einfach. So, Ressourcenpunkte für das erste Training. Wie viel bekommen wir dazu? 138. Wir haben jetzt 617 schon. Wir bekommen ja auch immer so einen kleinen Bonus, weil wir am Ende der letzten Folge erster Fahrer geworden sind. Also, ähm, ja. Das wird uns etwas bei der Entwicklung helfen. Machen wir direkt weiter mit dem zweiten Training. Oh, und jetzt kommen wir zum Qualifying-Tempo-Trainingsprogramm. Da freue ich mich schon drauf. Das wird so der erste... Naja, wie sagt man? Die erste Runde, auf der wir dann wirklich sehen können, wo wir stehen von der Performance her. Also, da bin ich gespannt. Naja, okay. Die Runde war bisher komplett scheiße. Lassen wir mal Kimi Räikkönen hier vorbei, um den nicht zu behindern. Und dann müssen wir es in der zweiten Runde versuchen. So, die letzten beiden Kurven. Auch die Runde war weit davon entfernt, perfekt zu sein. Aber es war immerhin ordentlich letzte Kurve. DAS auf. Mal gucken, ob es immerhin reichen wird, um die lila eine Zeitvorgabe zu schlagen. Und, ja, okay. Dafür hat es gereicht. Und wir sind auf Position 6. Vor Palmer und vor noch ein paar anderen wahrscheinlich. Also, das ist ein gutes Zeichen. Und wo beenden wir das zweite Training? Mal gucken. Naja, okay. So weit vorne dann auch wieder. Ich habe auf Platz 17 immerhin. Und komischerweise sind Palmer und Quiat hier hinten. Naja, gut. Die McLans dürften aber auch ziemlich stark sein in Monaco. So eine Überraschung ist das gar nicht. Und unser Teamkollege... Ja. Der ist mal wieder komplett abgeschlagen. Er ist wie viel langsamer. Okay. Er hatte auch Supersofts und wir Ultrasofts. Aber er war... Äh, wie viel ist das denn? 1,9 Sekunden langsamer? Oder verkacke ich da irgendwas komplett? Ne, 9 Zehntel sind es einfach nur, oder? Ja, okay. Aber das ist trotzdem sehr, sehr schlecht. So, Ressourcenpunkte für das zweite Training. Und ich habe das Gefühl, das würde man wirklich mehr bekommen. Also, das ist vielleicht gar nicht so dumm, das aufzuteilen auf mehrere Trainingsprogramme. Machen wir direkt weiter mit dem dritten. Uns fehlt nämlich nur noch... Was fehlt uns noch? Der Rennstrategietest. Genau. Aber ich muss sagen, man merkt auf jeden Fall, dass unser Auto, äh, ja, Defizite hat, was das Chassis angeht. Vor allem, ich habe nämlich schon ein paar Mal in Monaco ein bisschen Zeitfahren gemacht mit den guten Autos halt. Und da kann man schon viel mehr, viel mehr Speed mitnehmen in manche Kurven. Also, da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten. So, wir kommen in den letzten Sektor von diesem Trainingsprogramm. Es sei denn, wir verkacken natürlich nochmal komplett was, dann könnte es auch noch ein bisschen länger dauern. Aber wir sind 9 Zehntel vor der, äh, ja, vor der Delta-Zeit, die wir hier unterbieten müssen. Also, das sollte kein Problem sein. Letzte Kurve nochmal gut mitnehmen. Noch einmal DAS auf und dann müsste es das gewesen sein mit dem Training. Mal gucken. Jawohl, so ist es. Und das war ein fast perfektes Training. Uns hat hier ein Teamziel gefehlt. Schließe ein Renntempo-Programm mit zwei verschiedenen Reifenmischungen ab. Ja gut, warum sollte man das machen für fünf Ressourcenpunkte? Das ist der Aufwand gar nicht wert. Aber, äh, ja. Außer fünf Ressourcenpunkte haben wir alle bekommen. Das ist sehr, sehr gut. So, wie viel bekommen wir dafür nochmal dazu? 73 waren das, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Mal gucken, ob das schon reicht für ein Upgrade. Ich glaube noch nicht. Wir haben 818. Ja, das heißt, nach dem Rennen könnten wir vielleicht genug haben. Wir brauchen nämlich 1000, um uns das Upgrade leisten zu können. Also, mal gucken. Und wir könnten jetzt auch im Qualifying, oder wir werden wahrscheinlich nach dem Qualifying unseren Teamkollegen in der Rivalität besiegt haben. Also, das ist sehr, sehr gut. Und ich bin auch gespannt, was wir im Qualifying reißen können. Also, ich will schon gerne in Q2 kommen. So, wenn wir das nicht schaffen, wäre ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber, mal gucken. Das Auto ist echt, echt schlecht. Also, man merkt das vor allem in den ganzen Kurven. Da haben wir ordentlich, äh, ja, noch ordentlich Arbeit vor uns, was die Entwicklung angeht. Aber, mal gucken. Ich bin trotzdem gespannt. Ich hoffe, dass wir in Q2 kommen, sodass wir dann im Rennen in der Position sind, um die Punkte mitkämpfen zu können. Legen wir los mit dem Qualifying hier in Monaco. Wir stehen an diesem Nachmittag am berühmten Circuit de Monaco und das Qualifying beginnt in Kürze. So, wir nehmen so wenig Benzin mit wie möglich. 11,11 Flügel. Das ist so ein typisches Monaco-Setup. Und dann geht's los. Und das muss wirklich eine perfekte Runde werden, wenn wir es aus Q1 rausschaffen wollen mit diesem Auto. Oh nein, Grosjean, bitte. Bitte, bitte, mach gut Platz. Ja, was ist das denn? Er kommt gerade aus der Box. Mann, lass mich doch vorbei. Ja, dann macht er das so komisch. Weißt du, außen in so einer Kurve. Das ist richtig seltsam. Das ist okay, es ist in Monaco auch schwer, Platz zu machen. Ich hoffe, das ist okay für Van Dorn. Ja, das war halbwegs okay. Aber trotzdem, also die KI macht das echt ein bisschen ungeschickt, finde ich. So, wir kommen gleich über die Linie. Das war keine besonders gute Runde. Ich bin einmal leicht gegen die Wand gekommen in dieser schnellen Linkskurve. Ja, fette, da kann ich jetzt schlecht Platz machen, mein Freund. Ja, das wird nicht reichen für Q2. Wir müssen uns auf jeden Fall nochmal verbessern. Mal gucken, wir spulen einfach mal vor, bis noch so fünf Minuten auf der Uhr sind. Und dann verlassen wir die Garage nochmal und schauen, was wir so reißen können. Dann muss die Runde aber wirklich perfekt sein. Weil das war, das war weit davon entfernt. Mal gucken, wo wir, wo verlieren wir denn Zeit? Obwohl, 16. Ne, die Top 15 kommen weiter, oder? Ich glaube, die Top 15. Ja, so eine Position müssten wir uns noch verbessern. Und das ist nur eine Zehntel. Weniger sogar. Das ist fast gar nichts. Scheiße, das merke ich gerade erst. Das war mega knapp mit Q2. Also das können wir auf jeden Fall schaffen. Das ist nicht so unrealistisch. So, es bleiben noch zwei Minuten in dieser Station. Und es fängt an zu regnen auch noch. Aber das sollte uns nicht mehr, äh, nicht mehr allzu sehr stören. Okay, letzte Kurve. Egal, wie gut die Runde wird. Wir hängen auf jeden Fall noch eine dran. Aber mal gucken, würde es mit der schon reichen? Nein. Ne, ach. Ja, das wäre eh nichts geworden. Ich habe versucht, so spät zu bremsen wie möglich, um nochmal Zeit rauszuholen. Das wird nichts. Das wird nichts. Wir werden 18. starten im besten Fall. Wow, ey. Das ist echt krass. Dieses Auto in den Kurven, der man, ich weiß nicht, irgendwie, ich traue mich nicht, das so richtig ans Limit zu pushen. Weil man einfach die ganze Zeit Angst hat, dass man es nicht weiter pushen kann. Oder vielleicht war das ja auch schon das Limit. Und das Limit ist einfach nicht besonders schnell. Das würde wahrscheinlich mehr Sinn machen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, ja. Starten wir sehr weit hinten gleich beim Rennen. Aber das wird umso interessanter. Da, ja. So läuft das. Und es ist auch gut, weil früher in den anderen Spielen, in den früheren Spielen, war in Monaco die KI eigentlich immer scheiße. Und hier scheinen sie auf einem Niveau zu sein mit, ähm, ja, mit dem, wie sie auf anderen Strecken sind sozusagen. Und das ist ja cool. Aber, äh, ja, natürlich trotzdem ärgerlich, weil Monaco ist jetzt vielleicht nicht mehr so eine Strecke, wo man, ja, ohne großartige Mühe von, also automatisch ein gutes Ergebnis erzielen kann. Und das ist, äh, ärgerlich. Aber mal gucken. Bleiben wir immerhin 18. Ich meine, das ist ein gutes Ergebnis. 18. Auf einer normalen Strecke, das wäre ja ordentlich. Hätten wir, wie viele Leute geschlagen? Zwei. Das ist ja nicht schlecht. Und wir sind 18. geblieben. Ich sehe es schon mal auf dem Lenkrad. Das ist doch cool. Wen haben wir denn geschlagen? Unseren Teamkollegen wahrscheinlich. Und, äh, wen noch? Van Dorn. Oh, Van Dorn, das ist aber schlecht in dem McLaren. Da, da kann man schon Besseres erwarten. McLaren hat ja ein gutes Chassis. Im Gegensatz zu unserem Sauber. Wie viele hat denn gefehlt? Ja, zwei Dreizehntel. Na gut. Vielleicht wäre das noch drin gewesen. Aber ich habe wirklich alles versucht. Alonso im McLaren ist Elfter. Das zeigt, was, was das Auto drauf hat. Ei, ei, ei. Das, äh, das wird eine richtige Challenge im Rennen. So, Ressourcenpunkte. Wie viele bekommen wir dazu? 67. Wir haben jetzt fast 900. Ich hoffe wirklich, dass das reichen wird nach dem Rennen. Um uns, äh, das Upgrade leisten zu können. In der Rivalität haben wir jetzt wie erwartet gewonnen. Das ist sehr, sehr cool. Ich bin gespannt. Oh, Sainz verbremst sich. Alter, das war eng. Das hätte auch gut und gerne schief gehen können. Er ist noch da innen, oder? Zumindest war der Pfeil noch rot. Ja, er ist sehr wohl noch da. Immer noch. Können wir das über außen irgendwie machen? Ja. Oh, was ein cooles Battle. Boah, die KI ist aber so, so gut dieses Jahr, ne? Das, was wir gerade da gemacht haben mit Sainz, das wäre in 2016 nie im Leben gegangen. Man kann in Monaco überholen, wenn man unbedingt will, aber es wird unfassbar schwer. Legen wir los mit dem sechsten Rennen dieser Saison. Und ich bin... Saison? Und ich bin sehr gespannt, wie das so laufen wird für uns. Oh, wir standen 14. Warum das denn? Haben Leute Strafen gehabt? Ist ja voll cool. Da müssen aber viele Strafen gehabt haben. Sehr, sehr viele. Oh, das ist aber nice. Genau auf so einer Strecke wie Monaco kann man sowas gebrauchen. Danke, Codemasters. Sehr, sehr nett von euch. Wie viele Plätze sind wir nach vorne gekommen? Vier Plätze. Das heißt, vier Leute hatten Grid-Strafen. Okay, das ist aber ziemlich dumm, dass man so eine Grid-Strafe hier in Monaco in Kauf nimmt, oder? Vielleicht hatten die auch keine andere Wahl. Ich weiß es nicht. Aber normalerweise ist das ja die letzte Strecke, auf der man weit hinten starten will. So, das Benzin. Da nehmen wir einfach so viel mit wie möglich, weil das hier uns schon wieder wenig mitgibt, weil wir beim Benzinspartest gut waren im Training. So, wie viel können wir denn höchstens mitnehmen? 36,3 Runden. Ja, das ist in Monaco, aber kein Problem, Benzin zu sparen. Also ich denke nicht, dass uns das zum Verhängnis wird. Die Rennstrategie ist wie normalerweise in Monaco eine 1-Stop. Also hier zwei Stops zu machen, ist ein bisschen dumm. Und wir starten auf den Ultrasofts, gehen dann in Runde 16 ungefähr auf die roten Supersofts. Und ja, ich bin gespannt, wie es wird. Ich hoffe, dass wir einen Punkt mitnehmen können. Das ist das Ziel. Ein 10. Platz. Damit wäre ich mehr als zufrieden. Irgendwas zählbares, wenigstens endlich mal wieder. Das wäre sehr, sehr cool. Gehen wir an den Start. Hier beim großen Preis von Monaco. Da kommen die fünf roten Lichter und es geht... Los beim sechsten Rennen dieser Saison. Die Lichter waren ganz schön lange an, aber wir sind gut weggekommen. Genauso wie Carlos Sainz da neben uns. Da da innen können wir nicht rein, weil da jemand ist ganz vorsichtig in der ersten Kurve. Ganz, ganz vorsichtig. Das letzte, was wir irgendwie brauchen, ist Frontflügelschaden. Ja, da sind schon ein paar Frontflügelteile am Boden gelegen. Also einige Leute haben da Schaden bekommen. Wir haben zwei Positionen verloren. Das ist aber kein Drama. Das war ganz knapp. Gerade mit Perez innen vorbei vielleicht. Er macht da irgendwelche komischen Sachen. Können wir ihn jetzt über außen bekommen? Ah, er wird auf jeden Fall die Innenseite für die nächste Kurve haben. Von daher wird das sehr schwer. Und da schnappt sich Hülkenberg auch noch direkt. Oh was, ein chaotischer Start. Oh nein. Boah, die KI ist richtig aggressiv hier in der ersten Runde in Monaco. Das ist man gar nicht gewohnt. Oh, Hülkenberg und Sainz jetzt Rad an Rad. Ich will wirklich nur keinen Schaden bekommen. Das ist das Wichtigste am Start. Positionen gut machen können wir später auch noch. Aber, äh, ja. Und wenn wir Frontflügel Schaden haben und dann direkt in der ersten Runde stoppen müssen, dann ist das Rennen vorbei. Von daher bin ich zufrieden, dass wir keinen Schaden haben. Oh, innen vorbei an Perez in Rascas. Diesen Move liebe ich. Das ist immer so, so cool, weil es einfach unfassbar eng ist. Immer zwischen der Wand und dem anderen Outer. Das war ja fast perfekt. Wir haben ihn. Sehr gut. Und da war schon jemand an der Box. Ja, da war jemand an der Box. Platz 14, da wo wir gestartet sind. Oh, innen vorbei an Nico Hülkenberg. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war mit diesen breiten Autos. Ja, wird das unfassbar eng. Das tut mir leid, Hülkenberg. Jetzt aber innen vorbei. Hier in Mirabeau heißt die Kurve, glaube ich. Ja, wird uns haben. Versuchen wir es wieder in der Hanale-Kurve. Ich habe schon wieder das gleiche Dumme gemacht, oder? Ich versuche es so stark einzulenken, wie es geht. Ah, nee, das geht nicht. Das geht nicht. Man kann mit diesen Autos nicht zu zweit da durchfahren. Aber ich will jetzt schnell an Hülkenberg vorbei, weil diese Gruppe da vorne kann sich ein bisschen absetzen. Und diese Gruppe da vorne sind die letzten Punkte-Ränge. Und das ist, wo wir hinwollen. Von daher wäre es echt cool, wenn wir da jetzt schnell vorbeikommen. Oh, der ist aber auch echt langsam. Ich weiß nicht, ob er nicht irgendein Problem mit seinem Auto hat. Aber das scheinen schon. Er fährt nämlich an die Box. Okay, das würde einiges erklären. So, jetzt müssen wir pushen, um die Gruppe da vorne nicht entkommen zu lassen. Jetzt vielleicht innen vorbei an Alonso hier in Raskas. Ja, das war volles Risiko, aber wir müssen langsam vorbei. Weil wir, äh, wir waren auf jeden Fall schneller. Zumindest habe ich das Gefühl, dass wir schneller fahren können als er. Ja, und das war ja mal ein richtig cooler Move. Wisst ihr was? Wir probieren jetzt mal was bisschen Extravagantes. Und zwar, wenn wir jetzt in dieser Runde reinkommen. Und, ähm, wenn wir aus der Box kommen, werden wir richtig viel freie Fahrt haben. Das sieht man da auf der Karte. Und dann müssen wir so hart pushen, wie es nur geht. Und wenn dann diese Jungs hier ihren Stopp machen, also Ocon und, äh, Magnussen, dann könnten wir vor ihnen sein. Weil so auf der Strecke die zu überholen, das ist unfassbar schwer. Jawohl, die Boxeneinfahrt hat gepasst. Jetzt brauchen wir einen guten Stopp. Und dann muss ich auch, äh, müssen wir hoffen, dass mein Auge das richtig eingeschätzt hat, dass wir auch wirklich freie Fahrt haben. Aber das müsste so sein. So, komm, los geht's sauber, Jungs. Das muss jetzt der beste Stopp eures Lebens werden. Ja, 2,9. Ja, okay, das ist Standard und wir werden richtig freie Fahrt haben. Okay, komm, das müssen die besten zwei, drei Runden dieses Rennens werden. Okay, los geht's. Komm, Fettgemisch an. Und jetzt werde ich alles geben. Und davon haben wir jetzt Frontflügelschaden. Davon, dass die scheiß KI uns in die Wand gesteuert hat an der Boxenauswand. Willst du mich verarschen? Aber es sieht nicht so schlimm aus, zumindest hier auf der Anzeige. Ah, da ist der Erste. Das ist Magnussen. Das ist Magnussen. Hat unser Plan funktioniert? Er stoppt sehr, sehr früh. Das habe ich nicht erwartet. Aber es hat funktioniert. Wir haben ihn nur noch rechtzeitig anbremsen. Jawohl. Boah. Was für ein Undercut. Das war perfekt. Ich war ein bisschen... Ich habe mich ein bisschen erschrocken, als ich ihn an der Box gesehen habe. Weil ich dachte, dass eine Runde zu wenig wäre. Aber es hat perfekt geklappt. Da sind jetzt einige. Unter anderem unser Teamkollege und auch Okon. Ja, ich habe seinen Namen da durchgehen sehen bei dieser Anzeige. Das war ja mal der beste Undercut aller Zeiten. Habt ihr jemals eine bessere Strategie gesehen? Ich glaube nicht. Gibt es nämlich auch nicht, ne? Nee, nee, Spaß. Das war aber wirklich gut. Das war... Ja, das ist perfekt aufgegangen, der Plan. Ich frage mich nur, wer da noch draußen geblieben ist. Weil eigentlich müssten wir ja jetzt Neunter sein. Sind aber Elfter. Also da müssen noch Leute sein, die nicht gestoppt haben. Ah, da war jetzt schon mal zumindest eine. Okay, da müsste noch jemand sein. Rein theoretisch zumindest. Vielleicht auch nicht. Aber auch wenn nicht, sind wir jetzt schon auf Platz 10. Und das wäre dieser ominöse eine Punkt. Auch wenn wir noch nicht mal die Hälfte des Rennens zu Ende gefahren haben. Oder hinter uns haben. Also, es kann auch viel passieren. Aber es sieht schon mal gut aus. Oh ja, da ist wirklich noch jemand an der Box. Lanzroll. Und somit sind wir... Ich hasse diesen Namen übrigens. Das ist voll komisch zum Aussprechen. Ähm. Ja, dadurch sind wir jetzt auf diesem 9. Platz. Wo ich eigentlich erwartet hätte, dass wir sind. Aber Magnussen macht hier ordentlich Druck. Wird vielleicht jetzt schon was versuchen. Oh nein, macht er wirklich. Alter, bist du irre. Da kann man doch nicht überholen. Kann man aber anscheinend schon. Er kommt allerdings sehr weit raus. Steht leicht quer hier in der Kurve. Oh, das war gerade cool zu sehen. Und ist vorbei. Okay, das war ein richtig guter Move. Alter, dass die KI einen da überholte. Das ist krass. Und dieser 10. Platz wäre so wichtig. Weil wer weiß, ob wir jemals wieder Punkte holen in dieser Saison. Man weiß es nicht. Vielleicht in irgendeinem verrückten Regenrennen. Da haben wir immer gute Chancen. Aber auf einer normalen Strecke, in normalen trockenen Bedingungen, wird es sehr, sehr schwer sein. Also das müssen wir jetzt nutzen, diese Chance. Und wir haben ein Safety Car. Ocon ist draußen. Okay, endlich mal ein Safety Car. Das hatten wir noch nie bisher in dieser Saison. Aber ob ich das jetzt in dem Moment so gut finde, weiß ich gar nicht. Weil jetzt wird natürlich der ganze Vorsprung, den wir auf die Leute hinter uns hatten, zunichte gemacht. Und das ist eigentlich nicht das, was wir brauchen. Oh, das ist eine gefährliche Stelle, Bernd, Alter. Da würde ich mich woanders hinstellen. Alonso ist auch draußen. Ich habe das gerade gesehen. Wir haben nämlich nur noch 17 Fahrer und auch Sergio Perez. Ich habe mich schon gewundert. Oh, da liegen Reifen. Okay, ich suche gerade. Weil ich finde leider die Wiederholung von denen nicht. Also hier muss irgendwas komischeres passiert sein. Da, äh, ja. Da liegen nämlich Reifen in der Kurve. Und das ist nicht normal. Nee, aber ich finde es leider nicht. Also man, man sieht gar nichts. Es liegen nur Reifen in dieser Kurve. Also man kann vermuten, was passiert ist. Wahrscheinlich sind die beide kollidiert und da reingeballert. Aber es gibt keinerlei Wiederholung, wo man das sehen kann. Auch nicht aus der Perspektive von einem anderen Fahrer. Heut ihr das? Das ist, äh, meine PS... Ja. Okay, Runde 26. Das Safety Car kommt jetzt rein. Und ich will gar nicht unbedingt versuchen, um jeden Preis jemanden zu überholen. Sondern einfach nur auf diesem 10. Platz zu bleiben. Wäre schon ein Erfolg. Ja, das ist vielleicht auch die bessere Idee. Das hätte nämlich gerade auch gut und gerne schief gehen können. Mit Magnussen. So, gut rauskommen aus der letzten Kurve. Wir haben Grosjean direkt hinter uns. Und wir haben vorhin gesehen mit Magnussen, wie schnell das gehen kann. Oh nein, das ist irgendeine Überrundung. Oh, dass wir jemanden überrunden. Das ist echt krass. Niko Hülkenberg. Oh nein, das könnte jetzt echt ein bisschen entscheidend sein. Ja, wir kommen gut durch. Aber Grosjean auch. Ey, das wird richtig, richtig spannend in den letzten Runden. Und wir wissen ja jetzt auch, dass wir nirgends sicher sind vor der KI. Das hat ja, das hat man vorhin mit Grosjean gesehen. Auch vielleicht innen vorbei. An Kevin Markussen. Sonst habe ich es schon wieder so dumm gemacht wie vorhin mit Hülkenberg. Immer. Oh, aber diesmal war da keine Berührung, glaube ich. Okay. Also, ich glaube, jetzt kann man definitiv sagen, in der Kurve zu überholen mit den Autos. Das geht nicht. Ich wollte es nochmal probieren, um wirklich sicher zu gehen. Wir überrunden noch jemanden. Was machen die denn? Wir sind im schlechtesten Auto. Und überrunden, Leute. Und da gab es eine Riesen-Kollision. Carlos Sainz ist an der Wand hängen geblieben. Wir mussten die Kurve abkürzen. Und das ist Position 8 für uns. Was war denn da los? Okay, gucken wir uns das aus der Perspektive hier von Sainz an. Er will Massa Platz machen, damit er ihn überrunden kann. Und dann berührt er mit seinem Hinterreifen einfach innen diese Wand und dreht sich weg. Der Haas ist draußen. Der andere Haas auch. Also beide Haases hat es erwischt. Das ist bitter für die. Und ja, wir sind da lachende Dritte oder Vierte oder wie viele auch immer da gerade involviert waren. Oh, das war genau das, was wir brauchen. Weil sonst wäre es unfassbar eng geworden. Nochmal aus der Sicht von Grosjean. Wir sind schlau fahren geradeaus. Weil wenn wir da reingefahren wären. Oh, Grosjean, bitte beende deine Karriere nach dieser Aktion. Ja, wir mussten das eigentlich machen. Weil sonst wären wir da in die alle reingefahren. Und ja, jetzt müssen wir das nur noch nach Hause bringen. Und dann sind das richtig, richtig gute vier Punkte. Mit viel, viel Glück, weil die KI mal wieder nicht so intelligent war. Aber, äh, ja. Wir sind sogar auf Platz 7. Da war noch jemand an der Box. Was machen die denn alle? Oh nein, schon wieder gelbe Flagge. Was ist denn jetzt los in diesen Schlussrunden hier? Ist jemand ausgeschieden? Nein. Und da stand auch keiner. Also keine Ahnung, warum da gelb war. Van Dorn, bitte mach Platz. Das zeigt doch, was für ein krankes Rennen das ist. Normalerweise ist Van Dorn ja so ein direkter Konkurrent. Und jetzt ist er auf Platz 13. Macht für seine Verhältnisse oder für McLaren-Verhältnisse ein richtig gutes Rennen. Wir sind aber auf Platz 7 und überrunden ihn. Äh, ja, da hab ich lieber zur Sicherheit die Kurve ein bisschen abgekürzt. Weil er hat da sehr komisch Platz gemacht. Ich hoffe, das gibt Massa keine Chance. Um hier vorbeizukommen. Nein, zum Glück nicht. Boah, das werden richtig lange fünf Runden noch. Oh, was geht da ab? Das ist irgendwas Krasses passiert in der Schikane nach dem Tunnel. Unser Teamkollege ist da involviert gewesen. Äh, Pascal, mein Freund. Ich glaub, das ist irgendwie falsch rum. Okay, irgendwie hat er sich gedreht. Ich weiß nicht wie. Soweit geht die Wiederholung nicht zurück. Und dann fährt ihm irgendeiner der führenden Reihen. Einer der Red Bulls war das, glaub ich, oder? Nissan, Ferrari, ist ja egal. Und, äh, ja, dann geht's weiter. Oh, was ist hier los in diesem Rennen? Ah doch, da war doch ein Red Bull da hinten. Er ist auch ohne Frontflügel. Verstappen müsste das sein. Oh, Verstappen war in der Box und noch jemand! Wir sind auf Platz 5! What the fuck? Dadurch, dass die in dieser Kollision involviert... Involviert? Keine Ahnung, dass die durch dieses... Ihr wisst schon, ne? Die waren irgendwie bei dieser Kollision involviert. Ist schon richtig. Und die mussten jetzt an die Box ihren Frontflügel wechseln. Schätze ich zumindest. Und wir sind jetzt auf Position 5. Auf einem sensationellen fünften Platz. Ey, das wäre ja krass, wenn wir das ins Ziel bringen könnten. So, das wird die beste Chance sein für Massa und es zu weit weg hier den Berg hinauf. Da war er immer sehr, sehr stark. Hat richtig Druck gemacht. War zwar nie ganz nah genug dran, um etwas zu versuchen, aber... Naja, das war die kritischste Stelle. Wir sind mittlerweile in der letzten Runde dieses Rennens. Und wie krass wäre das, wenn wir hier einen fünften Platz irgendwie nach Hause bringen würden. Oh, das Auto ist auch nur noch am Rutschen. Wir haben tote Reifen. Palmer ist noch da. Der könnte ein Problem werden. Da liegt ein Teil von dem Frontflügel in der Handnadelkurve. Das war so ein krankes Rennen. Das kann ich gar nicht glauben. Wie viel Prozent haben die Reifen? Ja, die sind komplett weg. Wir kommen nochmal fett hier an im Tunnel und dann sind wir so gut wie safe. Und... Ne, Massa ist zu weit weg. So, ein letztes Mal in diesem Rennen kommen wir durch Raskas. Jetzt bloß nicht irgendwo anecken und sich nubig wegdrehen oder so. Das wäre richtig, richtig ärgerlich. Ausgang aus der letzten Kurve. Jetzt wird uns das Massa nicht mehr nehmen können. Nein. Wir beenden diesen großen Preis von Monaco. Im schlechtesten Auto auf Position 5. Ey, wie glücklich war das bitte. Was ist hier alles passiert, ey? Wir hätten auch von alleine vielleicht Punkte geholt. Aber dann... Dann gab es die Kollision in der Schikane nach dem Tunnel. Dann gab es das mit Wehrlein jetzt. Also Wehrlein, ne? Vielen Dank dafür. Du hast uns hier echt einige Punkte noch klar gemacht. Und... Boah, ich weiß nicht. So viele krasse Sachen sind einfach passiert. Und... Ja, irgendwie durch Glück sind wir jetzt auf Position 5. Bottas ist da heil durchgekommen. Durch das Ganze gewinnt das Rennen vor... Kimi. Kimi ist echt richtig okay und quiert. Quiert ist auf dem Podium. Das alleine zeigt schon, was für ein krankes, krankes Rennen das war. Wer ist denn auf Platz 4? Hamilton. Okay, das ist mehr oder weniger normal. Unser Teamkollege hat fast Punkte geholt. Das würde man auch überhaupt nicht erwarten. Boah, ey. Was war denn hier los? Wo ist Alonso? Alonso ist ausgeschieden, ne? Ich hätte vielleicht gedacht, dass er Punkte geholt hat für McLaren. Aber quiert, ey. Toro Rosso hat noch keine Punkte in dieser Saison bis hierhin. Glaube ich zumindest. Oder wenn, dann ganz, ganz wenige. Und jetzt ist er auf dem Podium. Wow. Also das war echt komplett verrückt. Und wir holen 10 Punkte. 10 Punkte. Das ist unglaublich. So. Wie sieht es in der WM aus? Ich bin komplett durch nach diesem Rennen hier. Da kommen wir jetzt vor auf Platz 9. Wir haben 16 Punkte jetzt insgesamt. Und ich weiß nicht, ob wir jemals wieder in dieser Saison Punkte holen werden. Aber, ja. Das reicht erstmal eine Weile. Also, das ist besser, als ich es mir nur hätte vorstellen können. Ich wäre schon froh gewesen mit einem 10. Platz. Aber dann werden wir 5. da einfach. Das ist komplett krass. Boah, in der Konstrukteurs-WM sind wir auch auf Platz 7. Wir haben 3 Teams noch hinter uns. Also, das ist unfassbar. So, Ressourcenpunkte. Und ja, sehr gut. Da reicht es, um die 1000 zu überschreiten. Das ist sehr, sehr cool. Da steht zugezogene Strafen. Hatten wir eine Strafe? Nicht, dass ich mitbekommen hätte. Also, das freut uns gar nicht zu interessieren. Wir haben jetzt 1008. Also, genau genug. Um, oder nicht genau genug. Aber genug auf jeden Fall, um uns das Upgrade leisten zu können. Jetzt bekommen wir nochmal so einen kleinen Bonus dafür, dass wir erster Fahrer sind. Das ist sehr, sehr cool. In der Fahrerposition werden wir noch weiter nach vorne gehen. Vielleicht sogar ganz nach vorne schon. Ne, nicht ganz. Aber, ja. Das war, das war unfassbar. Oh, und auch hier bekommen wir jetzt wieder was. Bonus erster Fahrer. Zusätzlicher Bonus von 5% auf die gesamten Ressourcenpunkte des ersten Fahrers. Werde erster Fahrer und beende ein Rennen. Das mussten wir erfüllen. Und das haben wir geschafft. Okay. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Was ist denn das nächste, was wir freischalten werden? Hm. Ich weiß es gar nicht. Naja, ist ja auch egal. Dafür müssen wir eh nichts machen. Wir müssen einfach nur, äh, ja, viel spielen. Und dann schaltet sich das von alleine frei. So, jetzt holen wir uns noch ein Upgrade. Und, äh, dann war es das mit dieser Folge. Es war komplett krass. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir so viele Punkte mitnehmen. Es war klar durch Glück. Also, äh, von alleine hätten wir nie so viel bekommen. Oh, es empfiehlt uns das hier für das Chassis. Ja, und das könnte auch echt nicht schlecht sein. Aber guckt euch mal an da rechts in dieser Leiste, wo wir sind mit dem Chassis. Das ist echt schlecht. Und hier bei der Aerodynamik. Wo sind wir da? Ja, auch weit hinten, aber nicht so weit. Also holen wir uns das hier erstmal für, ähm, das Chassis. Okay, Gewichtsreduktion. Ein zentraler Unterboden. Oder, äh, Verbesserungen am Unterboden. Irgendwie sowas. Tausend Ressourcenpunkte. Es sollte ankommen. Bis zu welchem Rennen? Bis Baku? Da kann das auch nicht schaden. Ist jetzt zwar nicht perfekt für die Strecke, aber, äh, ja. Wir müssen auf jeden Fall anfangen, unser Chassis zu upgraden. Von daher machen wir das jetzt hier mit. Und dann war es das. Von diesem komplett krassen, krassen Rennen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das war unfassbar. Ich hätte echt niemals damit gerechnet. Habe ich schon tausendmal gesagt. Das war's, Leute. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn's euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Beim Großen Preis von Kanada. Ich freu mich schon sehr drauf. Haut rein. Bis dann. Und ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal.